Endlich hat Canon eine neue Kamera vorgestellt, aber damit hat nun jetzt wirklich niemand gerechnet. Dafür aber mit der Panasonic Lumix S9, die tatsächlich ganz cool ist, aber einige, ich sag mal, Merkwürdigkeiten mitbringt. Ich erkläre es euch, wenn ihr noch einige Sekunden dranbleibt bei Frodo Grafix News. Hallo und jetzt Willkommen, mein Name ist Benjamin Lux und meine geheime Information verraten mir, dass fast 90% von euch keine Abonnenten sind. Wollt ihr uns also unterstützen, dann gebe ich euch jetzt zwei Sekunden Zeit, um auf Abonnieren zu klicken und auch um die Glocke zu aktivieren. Perfekt, unterstützt werden wir auch diese Woche wieder von unserem Sponsor FotoKoch, eurem und unserem Partner für Fotografie und Videografie. Und bei FotoKoch ist diese Woche eine neue Kombiaktion von Canon gestartet. Wenn ihr dabei teilnehmende EOS R-Kameras zusammen mit einem Aktionsobjektiv kauft, dann gibt es einen Rabatt in Höhe von bis zu 500 Euro. Welche Kameras und Objektive Teil der Aktion sind, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes. In vier bunten Farben und in der Form einer herkömmlichen Kompaktkamera hat Panasonic die Lumix S9 vorgestellt. Und wie im Vorfeld ja bereits spekuliert wurde, handelt es sich dabei um eine Vollformat-Kamera mit Objektivwechselmöglichkeit dank L-Mount. Das bei einem Gehäuse, das unter 500 Gramm wiegt und in die meisten Jackentaschen passt, echt beeindruckend. Allerdings hat Panasonic bei der S9 einige wirklich merkwürdige Entscheidungen getroffen. Fangen wir erstmal bei den positiven Dingen an. Panasonic verbaut sowohl den Prozessor und auch den 24 Megapixel Vollformatsensor aus der Panasonic S5 II. Und die ist ja gerade für Videos durchaus beliebt. Irgendwie quetscht Panasonic dann zudem ein 5-Achsen-Bildstabilisator ins Gehäuse, der 6,5 Blendenstufen ausgleichen soll. Und selbst ein Pixelschiff-Modus für Bilder mit bis zu 96 Megapixeln kann die kleine Kamera so bieten. Auch beim Autofokus lässt Panasonic dann nichts anbrennen und so beerbt die S9 wieder die große Schwester. Es gibt also einen Hybrid-Autofokus mit 779 Messfeldern und allen möglichen Funktionen zur Motiverkennung. Wo ich dann aber das erste Mal hellhörig wurde, war, dass Panasonic dabei auf einen mechanischen Verschluss verzichtet. Das sorgt zwar für schnelle Serienbildgeschwindigkeiten von bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Ohne Stack-Sounder fürchte ich hier aber echt störende Rolling-Shutter-Effekte. Erste Reviews, die ich zur Kamera gesehen habe, bestätigen dann auch die eher langsamen Readout-Geschwindigkeiten des Sensors. Wer primär mit der Kamera filmt, und zwar sich selbst filmt, denn die Kamera ist ja als Vlogging-Kamera beworben, dem wird das wahrscheinlich eher weniger stören. Hier bietet die Lumix S9 maximal 6K-Videos, allerdings müsst ihr dabei mit 3 zu 2 als Seitenverhältnis und 30 Bildern pro Sekunde leben. 4K sind ebenfalls in 30 Bildern pro Sekunde möglich, es sei denn, ihr schaltet in den RPC-Modus, dann sind auch 60 Bilder pro Sekunde drin. Spannend finde ich zudem, dass Panasonic auch Open-Gate-Videoaufnahmen ermöglicht. Dabei liest die Kamera den gesamten Sensorinhalt aus, wodurch ihr anschließend mehr Möglichkeiten bei der Auswahl des Seitenverhältnisses habt. Wer also auch für Social Media und für YouTube gleichzeitig filmt, der wird dabei mehr Möglichkeiten haben, wenn ihr in 16 zu 9 und in 9 zu 16 ausgeben wollt. Der Fokus auf Filmen wird dann nochmal deutlicher, wenn wir auf die Rückseite der Kamera schauen, denn hier gibt es einen eigenen LUT-Knopf, der eigentlich aus der Videowelt stammt. Und an dieser Stelle wird die S9 ein wenig verwirrend, denn ihr könnt LUTs auch auf Bilder anwenden, über eine Smartphone-App eigene LUTser stellen und dann an die Kamera senden und auch noch in einem Log-Format filmen und dann im Videoschnitt eigene, richtige LUTs anwenden. Kurzer Exkurs. LUT steht eigentlich für Look-Up-Table und übernimmt bei Kameras eigentlich bisher die Konvertierung von Log-Videodateien in verschiedene Videostandards. Der Vorteil ist dabei, dass Log-Aufnahmen einen möglichst großen Dynamikumfang speichern und wir dadurch mehr Möglichkeiten in der Nachbearbeitung haben. Über LUT-Dateien lassen sich aber auch Farbeinstellungen und vieles mehr auf andere Videos übertragen. Seit einigen Jahren werden sie daher von Fotografen und Filmern dafür verwendet, um eigene, mehr oder weniger kreative Bildstimmungen und Looks zu erzeugen. Da ist der Begriff LUT ein wenig von seiner ursprünglichen Definition abgerutscht und so ist auch Panasonic's Verwendung des Begriffes vielleicht im ersten Moment ein wenig unklar. Aber, wieder zurück zu S9, mit dem LUT-Knopf könnt ihr Bildern und Videos einen eigenen Look verleihen. Ein wenig wie Fujifilm das mit den Modis für Filmesimulationen macht. Und hier finde ich die Anwendung an Smartphone echt cool, da die Bedingung dadurch ein wenig komfortabler wird. Okay, jetzt habe ich mich fast ein bisschen verquatscht. Ich möchte aber noch ein wenig auf die Probleme der S9 eingehen, über die ich am Anfang gesprochen habe. Beispielsweise strengt Panasonic die Aufnahmezeiten für Videos ziemlich stark ein. In einem wirklich sehenswerten Video von Peter Pixel ist von 10 Minuten bei 6K und von 15 Minuten bei 4K in 10 Bit mit 422 Farbtiefe die Rede. Wenn ich jetzt mal auf meinen Kontrollmonitor schaue, ich bin jetzt bei knapp 9 Minuten Aufnahme für die neueste Folge von Fotografics News. Würde ich dann in 6K filmen, wäre ich jetzt langsam schon am Ende der Aufnahmezeit angelangt. Das kompakte Gehäuse verfügt zudem nicht über einen elektronischen Sucher und auch zum Anstecken wird nie einer erscheinen. Denn leider ist der Blitzschuh auf der Lumix S9 nur ein Cold Schuh. Verfügt also nicht über Übertragungsmöglichkeiten für Blitze, Mikrofone oder eben einen EVF. Somit könnt ihr auch keine Aufnahmeaccessoires für Mikrofone aufstecken, dass der S9 dann eine wirklich, wirklich, wirklich wichtige Funktion fürs Filmen spendieren würde. Denn die Kamera hat keinen Kopfhörerausgang zur Kontrolle des Mikrofonpegels. Nicht einmal über USB-C und einen entsprechenden Adapter könnte wie bei Fuji dann den Ton kontrollieren. Also ein Vollformatsensor in ein derart kleines Gehäuse zu packen, scheint noch mit einigen Nachteilen einherzugehen, obwohl ich einige davon eher als taktische Fehler sehe. Und auf ein weiteres gehe ich gleich noch ganz kurz ein. Die Lumix S9 kommt aber unabhängig davon ab Mitte Juni dieses Jahres zu einem Preis von 1699 Euro in den Handel. Zusammen mit der Kamera kündigte der Hersteller zudem zwei L-Mount Objektive an. Ein kompaktes 18-40mm f4.5 bis 6.3 und ein Pancake Objektiv. Und die Objektive sind ein weiteres Problem der S9, denn die fallen im Vollformat ja bekanntlich etwas größer aus. Auf Pressebildern sehen wir die S9 oft mit dem neuen Pancake Objektiv, bei dem es sich allerdings um ein extrem lichtschwaches 26mm f8 ohne Autofokus und ohne Filtergewinne handelt. Die Blendenöffnung könnt ihr dabei überhaupt nicht verändern und die UVP liegt bei stolzen 239 Euro. Wer also ein gescheites Objektiv an der S9 verwenden will, der muss wohl zwangsläufig in tiefere Taschen greifen. Also ich meine in größere Taschen, da die kleine Kamera durch große Objektive dann doch nicht in die Jackentasche passt. Ihr merkt, ich bin etwas zwiegespalten, was die S9 angeht. Aber was ist eure Meinung zur Kamera? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst uns dann darüber diskutieren. Noch ein wenig kompakter ging es vergangene Woche bei Leica zu, denn der Hersteller präsentierte die Leica Deluxe 8 als neue Kompaktkamera mit Zoom-Objektiv. Die neue Kamera aber sieht dabei in großen Teilen auf dem schon einige Jahre alten Vorgängermodell und verwendet wieder einen 4 Drittel Zoll großen CMOS-Sensor mit einer effektiven Auflösung von 17 Megapixeln. Wie im Vorgänger kommt dabei ein lichtstarkes Zoom-Objektiv mit 24 bis 75 Millimetern Äquivalenz zu Kleinbild zum Einsatz. Die Offenblenden liegen bei f1.7 und f2.8 im Telebereich. Die große Neuerung an der Deluxe 8 ist die Möglichkeit, RAWs im DNG-Format aufzunehmen. Darüber hinaus ist jetzt ein Aufsteckblitz im Lieferumfang enthalten. Zu den weiteren technischen Daten hat Leica sich aber bisher noch nicht so wirklich geäußert. All das erscheint ab dem 2. Juli zu einem Preis von 1590 Euro. Ich greife mal die Frage aus Jonathans News auf. Hätte es da nicht etwas mehr sein müssen? Seine Antwort findet über den Link in unseren Shownotes. Also, die S9 hat viele Abstriche. Die neue Leica ist eigentlich die alte Leica. Zum Glück hat Canon ja diese Woche noch etwas vorgestellt. Und zwar die Powershot Golf. Ich möchte gar nicht zynisch sein, aber damit haben wir im Fotografiksteam jetzt wirklich nicht gerechnet. Denn in den letzten Monaten gab es so viele Gerüchte rund um die EOS R5 Mark II, dass wir wirklich auf eine Vorstellung der Systemkamera am 20. Mai gewartet hatten. Neueste Gerüchte sprechen jetzt davon, dass die R5 Mark II im Juli 2024 präsentiert werden soll. Aber in der Notfrist der Teufel ja bekanntlich fliegen. Also schauen wir uns den VW, die Powershot Golf einmal genauer an. Canon selbst beschreibt die Powershot Golf als handlichen Laserentfernungsmesser mit Kamerafunktion, der dabei Amateuren und Profis helfen soll, ihren Score zu verbessern. Dabei gibt es einen sechsfachen optischen Zoom und einen zweifachen Digitalzoom. Ein Bildstabilisator sorgt zudem dafür, dass Golfplätze nicht allzu sehr wackeln und die Entfernungen können Golfer dann über den Laser ebenfalls messen. Wer seine Golftonen gerne protokolliert, kann das dann über Sprachnotizen und eingebrannte Entfernungsangaben in den Bildern tun oder Videos in Full HD aufnehmen. Preislich ist die Kamera mit 349 Euro relativ günstig. Marktstart ist allerdings erst im August 2024. Sigma will offenbar Canon und Sony im Rennen um besonders lichtstarke Zoom-Objektive schlagen. Denn angeblich arbeitet der Hersteller aktuell an einem 28-45mm f1.8 DGDN, das für spiegellose Vollformat-Kameras mit E-Mount und L-Mount auf den Markt kommen soll. Viele Informationen gibt es derzeit noch nicht zu dem Objektiv. Wir gehen aber davon aus, dass es ziemlich teuer und auch ziemlich schwer sein wird. Auch ist der brennweiten Bereich auf den ersten Blick nicht allzu interessant, aber eine durchgängige Lichtstärke von f1.8 gab es bei einem solchen Objektiv tatsächlich noch nicht. Was es am Ende sein wird, warten wir also lieber noch ein bisschen ab. Zu guter Letzt will ich euch auf zwei Software-News hinweisen. Einmal auf ein Update für Lightroom und einmal auf ein neues Programm von Skylum. Adobe fügt in der neuen Lightroom-Version endlich das generative Entfernen von Gegenständen hinzu. Eine Funktion, die es bei Photoshop ja schon seit über einem Jahr gibt. Dazu gibt es die finale Version der KI-Objektiv-Unschärfe und Tethering für Sony-Kameras. Letzteres habe ich mit der A7 IV schon ausprobiert. Funktioniert. Unter dem Decknamen Barcelona wird Skylum im September eine spezielle Software für Portrait-Fotografen herausbringen. Dabei wird es auf jeden Fall eine Desktop-Anwendung geben, die für die professionelle Bearbeitung von Portraits geeignet sein soll. Als Start der Software wird der nächste September kommuniziert. Im September sage ich euch dann nochmal Bescheid, wenn ihr gerne Portraits aufnehmt. Interessiert euch ein Test? Dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Generell habe ich den Plan, meine Bildbeamlungstests auf Fotografix demnächst mal wieder zu aktualisieren. Ihr merkt, es gibt viel zu tun, also klickt gerne auf Gefällt mir, abonniert Fotografix News auf der Plattform eurer Wahl. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Auf Wiederhören!